Hallo meine Lieben, ich bin der Thomas aka Spiegelkojote. Ich möchte heute mal ein sehr spannendes Video machen und zwar wieso die meisten Menschen wahrscheinlich nicht ich sein wollen. Und das klingt jetzt erstmal super komisch, aber bleibt bitte daran, es wird einleuchtend sein, wenn ihr dieses Video geschaut habt und wieso die meisten Menschen nicht ich sein wollen. Ja, bevor wir loslegen, abonniert gerne diesen Kanal, weil das würde ich auf jeden Fall machen. Ja, und benötigt die Glocke, dann verpasst in Zukunft keine Videos mehr. Wieso wollen wahrscheinlich, wenn die meisten Leute sich mal meinen Alltag anschauen, die meisten Leute nicht ich sein. Ich fange einfach mal so ein bisschen damit an. So von außen erscheint, ich glaube mein Leben zumindest, ihr könnt mich ja gerne korrigieren, relativ easy. Ich schlafe meistens aus irgendwie, dann mache ich irgendwelche Videos, gammel anscheinend irgendwie rum, mache irgendwas mit irgendwelchen Spielkarten, die ihr da auch im Hintergrund seht und ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, kann da Zehntausende von Franken pro Monat in verschiedenste Dinge investieren, verdiene viel Geld und anscheinend auch alles sehr einfach möglich und alles einfach machbar. Und es klingt alles halt insgesamt so einfach, wie ich das halt immer erkläre oder manchmal, wie ich es eben auch schlecht erkläre. Und ja, das ist so, so sieht das vielleicht von außen aus, aber weit gefehlt von der Realität tatsächlich. In Realität ist es tatsächlich so, dass dieses Jahr zum Beispiel auch sehr unerwartet gelaufen ist. Ich wollte dieses Jahr auch einfach grundsätzlich auch mal was Lockeres oder eher locker das Ganze angehen, ist aber dann nicht ganz gegangen, sondern völlig umgekehrt gelaufen, sondern der Hustle-Modus wurde dieses Jahr tatsächlich richtig krass aktiviert. Und es ist keine, ich sag jetzt mal, keine Seltenheit, 70, manchmal auch 80 Stunden zu arbeiten. Ich versuche schon so bei den 60 zu bleiben, aber so meistens werden es auf jeden Fall 70 Stunden pro Woche. Und Montag wollte ich ja grundsätzlich oder will ich mir ja grundsätzlich schon seit Sommer jeweils immer freinehmen, aber ich schaffe es vielleicht einmal im Monat maximal an einem Montag dann freizunehmen. Heißt, ich schaffe halt effektiv im Prinzip 29 Tage und habe dann einen Tag Wochenende oder so, ja. Und ich will jetzt dieses Video nicht so rüberbringen, dass ich mich darüber aufrege, das tue ich nicht, nein. Aber ich will einfach so ein bisschen auch zeigen, wie cool oder eben wie nicht cool es eigentlich ist, dass man ich ist vielleicht, ja. Und vor allem wenn man mich auch auf Instagram verfolgt, das sind ja nur ganz kleine Ausschnitte, wenige Sekunden von einem ganzen Tag, ja. Darum will ich da auch ein bisschen auch die Illusion brechen, dass es so einfach erscheint, wie es halt eben erscheint, obwohl es in der Realität vielleicht auch deutlich, deutlich anders ausschaut, ja. Auch als Beispiel, ja, also ihr müsst euch das überlegen und das ist auch nicht für jeden was. Das habe ich letztens auch erst so richtig verstanden, als ich da noch mit dem Gerald Hörhan nach dem Livestream noch so ein paar Minuten gequatscht habe, oder haben wir dann auch so, sind wir darauf gekommen, so, eben zum Beispiel ich, ich gehe aktuell seit Anfang des Jahres im Prinzip gar nicht mehr raus. Also ich gehe vielleicht ein, maximal zweimal pro Woche raus und wenn nicht rausgehe, gehe ich eigentlich zu meinen Eltern, that's it. Also ich gehe da in der Regel nicht einfach so raus, also in der Regel, ja. Das heißt, ich gehe so ein-, zweimal in die Woche raus und das schon seit Anfang des Jahres. Im Sommer vielleicht dreimal oder so, wenn es hochkommt, aber so grundsätzlich bin ich eigentlich zu Hause. Ich bin auch manchmal einfach sieben Tage straight up ausschließlich zu Hause. Das heißt, ich gehe eigentlich nur rauf und runter, rauf und runter mit sieben Tagen straight up einfach im Office oder unten bei den Haustierchen und so weiter, ja. Und das ist vielleicht für die meisten Leute tatsächlich gar nicht so nice. Also ich kann euch zum Beispiel sagen, ich treffe mich aktiv, regelmäßig mit 1, 2, 3, 4, 4,5 Personen, sage ich jetzt mal. 4,5 Personen, ja. Also was das angeht zum Beispiel mit dem Spreading, ich bin da wahrscheinlich vorbildlich, weil ich mich mit so wenig Menschen tatsächlich persönlich, auf persönlicher Basis physisch treffe. Von Skypen, von Zoom-Calls, von Telefonieren, davon spreche ich nicht, sondern halt wirklich von physisch treffen, face-to-face. Ja, das mag für viele dann vielleicht auch schon zu wenig sein. Sie müssen so und so viele Leute treffen, weil sie halt einfach mehr extrovertiert sind, was auch immer, ja. Ich habe zum Beispiel keine Probleme damit, aber zum Beispiel eben mit dem Gerald, da habe ich auch mit ihm nochmal gesprochen, also für ihn, er muss sich mit Leute oder halt zumindest Kontakt haben, physisch, also physisch nicht im Sinne von berühren, aber halt einfach einen face-to-face Kontakt pflegen. Und das finde ich halt sehr spannend tatsächlich, ja. Wie halt da jeder Mensch so ein bisschen auch seine eigenen, ich sage mal, Präferenzen hat und auch so seine eigene Einstellung zu gewissen Themen hat, ja. Also nicht, dass das eine falsch, das andere richtig ist, sondern einfach zwei verschiedene Sichtweisen sind auf einfach bestimmte Situationen. Und das ist zum Beispiel auch noch so ein Punkt. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein Lebensstil wäre, den tatsächlich die meisten mögen würden. Also ich habe sehr oft, habe ich mehr Spaß dran, hört sich jetzt echt komisch an, aber ich habe oft mehr Spaß dran, wenn ich mal wirklich abschalten will und chillen will und irgendwas in Anführungsstrichen erleben will, dann gehe ich in World of Warcraft und spiele ein bisschen World of Warcraft und klick hier, mach da ein paar Mausklick, ein paar Tastaturhämmer, bam, 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 und zock ein paar Instanzen, vielleicht auch noch mit dem Richie oder mit dem Kollegen, mit dem Alex und zock da halt auch ein bisschen, ja. Ja, und klar gehe ich auch mal gerne reisen und so, wenn man dann wieder reisen darf und so weiter, aber das ist halt so ein bisschen so ein Punkt, wo ich halt auch denke, jeder hat da so ein bisschen seine anderen Vorstellungen und mein Leben ist, glaube ich, doch schon sehr speziell. Ich habe letztens von, ich glaube, war das meine Freundin oder irgendjemand anders, hat mir auch gesagt, ich glaube, es war meine Freundin, dass ich doch schon verhältnismäßig sehr exzentrisch bin, ja. Ja, auf gewisse Bereiche natürlich, nicht auf alles, aber auf gewisse Bereiche, zum Beispiel, also in der Morgenroutine, also das ist mir jetzt auch erst mit der Zeit dann auch aufgefallen, also es triggert mich richtig, wenn das irgendwie nicht klappt und nicht geht. Also es ist dann so wirklich so, es triggert mich, ja. Und ich muss das dann an dem Tag noch machen, also zum Beispiel, es gab auch Tage, da habe ich schon verpennt, hatte Termine, habe dann schon noch pünktlich zum Termin geschafft, allerdings muss ich dann die Morgenroutine in dem Sinn so machen, dass ich alles super, super schnell mache und das Lesen dann auf dem Weg zum Termin hin erledige, ob ich das dann im ÖV lese oder irgendwo beim whatever, aber halt das Lesen dann unterwegs lesen muss, also ich muss es praktisch, ja. Und die Frage ist halt, möchten sich das gewisse Leute geben oder nicht? Und ich denke, die wenigsten sind das, ja. Und es fängt dann auch schon nur an mit auch anderen Sachen, zum Beispiel auch Daily Streams zu machen, ja. Das sieht alles ultra einfach aus, ja. Und ich weiß, es sieht einfach ultra einfach aus. Ich habe auch gedacht, dass Streamen ultra einfach ist, aber sobald man mal streamt und das regelmäßig und sehr oft auch ohne Gast oder halt auch von mir aus auch mit Gast, das heißt, es ist nicht so einfach, wie es ausschaut. Also das ist, man kann leicht reden, aber dann, wenn man es tun muss, ist es nochmal was anderes und das muss man dann auch lernen. Und da lade ich euch gerne ein, wenn ihr noch nie gestreamt habt, dann macht euch einen Twitch-Channel oder einen YouTube-Channel, streamt einfach mal und schaut, wie schwer das tatsächlich ist, auch wirklich permanent durchzureden, zwei Stunden, ohne irgendeine Unterbrechung, ohne mal fünf Minuten nichts zu sagen, ja. Also es ist nicht so leicht, wie es auf den ersten Blick immer scheint, ja. Und dann auch eben Videos produzieren, Videos machen, Videos schneiden, Thumbnails machen, ja, Blogbeiträge schreiben, Blogbilder machen und so weiter, am Webshop arbeiten, Produkte listen, Produkte einkaufen, Produkte verkaufen, Reale aufbauen, alles mögliche, ja. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich jemand, der in meinen Schuhen wäre, also eine andere Person, das auch gerne machen würde. Weil ich mache es gerne, ich beklage mich nicht drüber, ja. Also verstehe dieses Video nicht falsch, sondern ich mache das, was ich hier alles mache, sehr gerne. Nur glaube ich, und das ist so ein bisschen das, was ich auch herausgefühlt habe, herausgespürt habe mit Freunden, Familie und so weiter, wenn ich mit Leuten rede, mit denen ich halt auch persönlich Kontakt habe, dass die das, was ich machen, nicht unbedingt gerne machen wollen würden, auch wenn sie die Ergebnisse davon durchaus interessant finden würden. Aber der Prozess passt nicht zu ihnen, weil sie entweder vielleicht auch einfach mehr Freizeit haben wollen für andere Dinge, mehr Netflix schauen, mehr World of Warcraft zocken, mehr Reisen, mehr ins Wellness gehen, mehr keine Ahnung was machen, mehr auswärts essen gehen und so weiter. Und das ist halt so ein bisschen so ein Punkt, der mir gezeigt hat, dass das, was ich mache, wahrscheinlich nicht das ist, was die meisten machen wollen würden in Realität oder zumindest sich vorstellen könnten, das über Jahre hinweg zu machen, weil es ihnen einfach keinen Spaß bereitet, ja. Also ich hatte letztens auch mal so einen witzigen Kommentar, der hat mir so geschrieben, wo wir die Regale aufgebaut haben, ich und mein Kumpel, der Alex. Wir haben Regale im neuen Lager aufgebaut und dann hat er mir da so geschrieben, so, ja, ja klar, klar verdienst du XY-Summe halt. Er hat dann irgendwas, glaube ich, geschrieben, also irgendwas, was er einfach mal in einem Livestream oder so gehört hat, also einfach fünf-, sechsstellige Summe und du baust selber Regale auf, genau, so, das kann gar nicht sein oder so, hat er so geschrieben. Und ich habe mir gesagt, so, hä? Wenn man wirklich denkt, dass man sechsstellige oder von mir aus fünfstellige oder von mir auch irgendwann auch siebenstellige Summen verdient und sich dann nicht die Zeit nehmen kann, weil man will, weil man selber die Regale aufbauen will, dass man diese dann auch aufbauen kann, dann tut es mir leid, weil ich wollte diese Regale aufbauen, zumindest mal in diesem Lager. Wenn ich jetzt in Zukunft nochmal, ich sage jetzt mal 50, 60, 100 von diesen Regalen kaufe, dann hole ich mir irgendeinen und der baut das dann zusammen und dem zahle ich dann das Geld, weil ich habe es gesehen nach ungefähr 30 Regalen, oder wie viel waren es? Ich glaube, 25 Regale oder so, oder 24 Regale, die wir aufgebaut haben. So viele haben wir aufgebaut. Also ich habe es jetzt gesehen, ich muss jetzt nicht noch mehr dieser Metallregale aufbauen, dann hole ich mir einfach einen ran, der das macht und dem bezahle ich halt einen guten Stundenlohn, einen Stundensatz und der baut mir dann alle Regale sorgfältig auf und sagt mir dann, wenn er halt fertig ist, ja. Aber das sind halt alles solche Punkte, wo ich denke, dass sehr viele Leute, die das als Ergebnis sehen, was halt daraus kommt, YouTube-Videos, das Office, die Investments und so weiter, dass das alles schön und gut klingt, aber der Prozess zu diesen Dingen, so wie ich es zumindest aktuell mache, wahrscheinlich kein Fit wäre für diese Leute, ja. Also ihr müsst euch so überlegen, mein Alltag besteht aktuell aus 60% Blog, YouTube und 40% Online-Shop. Seid ihr gewillt, pro Woche, damit wir es einfach rechnen können, 60% meine Güte, ich muss das jetzt einfach im Kopf rechnen, einfach damit wir es einfach rechnen können, sind glaube ich etwa 30 Stunden für den Online-Shop und 50 Stunden für Blog, YouTube oder vielleicht auch 45 Stunden, okay. Damit wir auf 75 Stunden kommen. Wärt ihr jetzt bereit dazu, in diesen 45 Stunden, das ist eigentlich schon ein Job, Livestreams zu machen, Videos zu machen, Blog-Beiträge zu schreiben, Instagram-Content zu machen, den dann auch auf Photoshop zu bearbeiten, Videos zu bearbeiten und alles, was drumherum ist und dann noch den ganzen Admin-Stuff mit Kooperationspartnern, regelmäßigen Meetings und so weiter, das alles zu machen, plus on top, dann nochmal 30 Stunden oder vielleicht auch 35 Stunden, je nachdem, heranzusitzen, sich dann in diesen 35 Stunden praktisch nur mit Trading-Cards sich zu beschäftigen, nur mit Pokémon und Yu-Gi-Oh! Karten primär sich zu beschäftigen, mit dem Online-Shop sich zu beschäftigen, Karten einzukaufen, einzusortieren, zu listen, entsprechend da auch Recherche zu betreiben für diese bestimmten Produkte und ich sage jetzt mal, seid ihr bereit dazu? Habt ihr Bock dazu? Oder ist es stinklangweilig? Wenn es stinklangweilig ist und ihr keinen Bock dazu habt, aber das Ergebnis wollt, dann funktioniert das halt in der Regel nicht und darum glaube ich, dass mein Lebensstil, den ich so habe, für wahrscheinlich die breite Masse für die meisten Leute nicht machbar ist oder überhaupt gar nicht gewollt ist, gar nicht das Ziel ist, weil ich halt schon so, wie soll ich sagen, in der Extreme, in den Nischen bin, wo ich halt bin, dass die meisten Leute immer sagen, das will ich gar nicht, auch wenn die Ergebnisse oder vielleicht auch das viele Geld oder was weiß ich alles erstrebenswert sind für diese Leute, aber der Prozess halt überhaupt nicht erstrebenswert ist, ihnen sogar das Ganze vermiesen würde. Also hier an dieser Stelle kommen wir dann zum Ende des Videos. Werdet ihr jetzt gerne ich oder würdet ihr gerne das machen, was ich mache und zwar Real Talk nicht irgendwie zur Hälfte oder so, sondern einfach ja, nein und ich habe jetzt seit Anfang des Jahres wahrscheinlich im Schnitt, also klar mal mehr, mal weniger, aber im Durchschnitt sicherlich 70 Stunden pro Woche gearbeitet, vielleicht ein Tag, Wochenende pro Monat gemacht im Durchschnitt, sogar während Anfang Corona eigentlich drei Monate durchgearbeitet, ohne Wochenende und jetzt erst letztens sozusagen eine Woche ja richtig Ferien gemacht, also so richtig Ferien gemacht, also sechs Tage waren es glaube ich, einfach zu Hause geblieben, nichts gemacht, nicht wirklich was gemacht und ja, werdet ihr jetzt gerne ich oder eher weniger oder wieso, weshalb, warum oder wie sieht euer Alltag aus, damit man sich das auch vorstellen kann, ob ich gerne ihr wert, ja, habe ich das richtig gesagt, keine Ahnung und ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, lasst gerne einen Daumen nach oben da für dieses Video, das würde mich auf jeden Fall freuen und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, und checkt auch gerne den Finanzrudel Community Club ab nach finanzrudel.ch oder schaut einfach mal auf dem Blog vorbei, ich meine, so viele Leute auf YouTube hier sind wahrscheinlich gar nicht auf dem Blog unterwegs, einfach mal sparkojote.ch reinballern, oben in der Suchleiste und dann kommt das sofort, checkt mal gerne den Blog ab, würde mich riesig, riesig, riesig freuen und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, tschö Leute. Joheum, fuh, 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 fuh. Untertitelung des ZDF, 2020